Guten Tag, mein Name ist Sascha Rabe und heute mal was zum Thema Regierungen. Ja, die Frage war ja, was hat es für Auswirkungen auf die Börse, wenn sich die Regierung verändert? Es gab Wahlen und die Auswirkungen waren nahezu nicht messbar. Jetzt gibt es den nächsten Punkt, ja, welche Regierung wird es denn geben? Es zeichnet sich ja eine ab. Die Auswirkungen sind nahezu nicht messbar. So ein bisschen vergleichbar mit dem Brexit. Es kam der Brexit, alle haben damit gerechnet, dass es brutal auf die Börse schlägt. Tatsächlich waren die Auswirkungen kaum messbar, weil es ist ganz viel Geld im Markt. Es gibt wenige Alternativen zur Aktie. Insofern haben Regierungen nur ganz wenig Einfluss auf das Börsengeschehen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.